Hallo liebe Freunde da draußen, es ist mir eine Freude euch mitteilen zu können, dass Abimach, Geo und ich ein Online-Konzert gewinnen haben, wo wunderschöne Aufnahmen entstanden sind. Nun wisst ihr sicherlich alle, es ist ja kaum zu übersehen, dass es im Moment uns Künstlern bedingt wie viele Auftrittsverbote und ähnlichen oder Beschränkungen finanziell leider dieses Jahr nicht so gut geht. Jetzt würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, damit finanziell, um dieses CD Projekt mit diesen wunderschönen Aufnahmen zu verwirklichen. Tja, wie sind die Aufnahmen entstanden? Ein kleines Studio in Kiel, vier Zimmer, vier Musiker und der geniale Jonathan am Mischpult. Im Drum Room Martin, Marc im Hub Kämmerchen und am Piano Georg im Regierraum und ich Abim in der Küche. Voila, habe ich euer Chef de Cuisine. Da brutzelt der Blues, da brodelt der Burgi, da köchelt der Soul. Werde euch super lecker schmecken. What I can know In your window Said I feel I got to move While I'm going I will be coming home soon Long as I I can see the light Long as I See the light Wir würden gerne diese Aufnahmen als CD rausbringen. Uns fehlen allerdings leider im Augenblick die finanziellen Mittel dafür. Und das wäre ganz toll, wenn ihr uns unterstützen könntet. Bound to lift a wine While I'm going I said Don't you worry about me Long as I Wir freuen uns sehr drauf. Wir sind sehr stolz auf die Aufnahmen und hoffen, dass wir sie so schnell wie möglich rausbringen können. Oh Weisbar Untertitelung des ZDF, 2020